Borussia Dortmund gegen PSW Eindhoven im Rückspiel des Champions League Achtelfinals der Saison 2023-24. Dazu gibt es im Hintergrund wie immer auch die passende Simulation. Das Hinspiel ging 1 zu 1 aus und wir wollen uns hier jetzt natürlich die Frage stellen, gelingt dem BVB gegen PSW der Einzug ins Viertelfinale? Klar ist, der Einzug ins Viertelfinale wäre extrem wichtig. Nicht nur, damit man selbst auch mal in der Champions League wieder mal ein bisschen weiterkommt, als in den meisten Jahren zuvor, sondern auch aus finanzieller Sicht und vor allem auch mit Blick auf die 5-Jahres-Wertung. Denn wenn die Bundesliga da oben steht, dann ist das gut, weil dann auch der 5. Platz in der Bundesliga dazu ausreichen würde, sich für die Königsklasse in der kommenden Saison zu qualifizieren. Da gibt es ja auch die Reform, sprich da wird es auch nochmal mehr Geld geben und da darf der BVB den Anschluss nicht verpassen und im Idealfall ist man da auch direkt mit dabei. Also wir haben hier gleich mehrere Gründe, warum ein Weiterkommen für den BVB extrem wichtig ist. Im Hinspiel war es ja so, dass PSW in meinen Augen die bessere Mannschaft war. Das kann man nicht abstreiten. PSW hatte die besseren Chancen, hat sie allerdings nicht genutzt. Dennoch konnte sich der BVB mit dem 1 zu 1 auswärts ein sehr gutes Ausgangsszenario schaffen. Denn vor heimischem Publikum hat man jetzt definitiv die Zügel in der eigenen Hand. Man muss keinem Rückstand hinterher laufen, das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und man kann sich im Nachhinein sogar darüber ärgern, dass PSW im Endeffekt nur zum Ausgleich gekommen ist, weil es einen Elfmeter gab, den es nicht hätte geben müssen. Aber sich darüber jetzt wieder aufzuregen hat im Grunde wenig Sinn, denn das Ergebnis ist wie es ist. Dennoch hätte es am Ende wahrscheinlich keinen interessiert, ob es jetzt wirklich so verdient gewesen wäre oder nicht. Denn eine bessere Ausgangslage hätte definitiv nicht geschadet. Klar ist jedoch, dass PSW ein sehr, sehr harter Gegner ist. Ich weiß, ich rede die niederländische Liga immer so ein bisschen klein, nichtsdestotrotz 25 Spiele, 22 Siege, 3 Unentschieden, 80 Tore zu 13 Gegentoren. Das ist eine Hammerbilanz und die muss man so auch erstmal hinkriegen. Von daher ist hier in jedem Fall mal Vorsicht geboten, mal ab davon, dass PSW auch unfassbar viele schnelle Spieler in den eigenen Reihen hat, die dem BVB auch durchaus mal überlaufen könnten. Und dann kann so ein Spiel auch mal in eine Richtung kippen, wenn PSW die Chancen nutzt, die sie im Hinspiel nicht genutzt haben, dass es auch mal bitter ausgehen könnte. Ähnliches gilt allerdings auch für den BVB. Ja, die letzten Spiele waren nicht wirklich überzeugend, das muss man einfach so sagen. Egal ob Wolfsburg, Hoffenheim, eben das Spiel gegen PSW, das waren alles Partien, wo der BVB sehr viel Angriffsfläche geboten hat. Und wenn die ein Top-Verein mal nutzt, dann kann es halt wirklich sehr, sehr schwer werden. Wenn ich dann aber das Spiel gegen Bremen sehe, da hat der BVB immerhin eine kontrollierte erste Halbzeit abgeliefert, in der zweiten war man halt zu zehnt. Da will ich jetzt auch nicht zu sehr drauf rumtrampeln und da tut es mir ehrlich gesagt auch im Nachhinein leid, dass ich da so kritisch in der Analyse danach war. Denn kämpferisch hat der BVB gezeigt, dass er da ist und das ist definitiv etwas, was man hier brauchen wird. Dazu ist es ja auch so, man hat mittlerweile wieder eine breite Auswahl. Es gibt kaum noch Verletzte, lediglich Sebastian Allerfeld aus. Eventuell könnte auch Julien Duranville auf der Kippe stehen, da war was in der U19. Allerdings habe ich dazu keine genaueren Details, deswegen halte ich mich in der Hinsicht mal zurück. Jedenfalls bedeutet das, dass man viele Optionen haben wird. Wie schon gesagt, man hat mit Mahlen und Adeyemi zwei Spieler, die für Konter sehr gut geeignet sind. Adeyemi, dem fehlt zwar etwas die Spielpraxis, das hat man in den letzten Partien gesehen. Aber für mich ist es da auch nur eine Frage der Zeit, bis er da wieder drin ist und dann auch seine Aktion sauberer zu Ende spielen kann. Genauso ist es ja auch geil, dass man wieder einen Felix Metcher bringen kann, den ich eigentlich gar nicht mal so schlecht fand. Vor allem auch, wenn man bedenkt, dass er teilweise unter Schmerzen gespielt hat. Und ich glaube, von dem können wir auch noch einiges erwarten, auch wenn der ein oder andere da noch zu Recht skeptisch ist. Dann wird es noch gut getan haben, dass Jadon Sancho sein erstes Tor geschossen hat. Auch bei ihm bin ich mal gespannt, ob das vielleicht jetzt demnächst so eine Art Brustlöser gewesen sein kann. Also man hat hier definitiv das Material, um PSW ebenfalls sehr weh zu tun. Und ich sage mal so, der BVB in Bestbesetzung mit vielen Optionen von der Bank ist hier für mich gerade zu Hause auch. Zumindest in der leichten Favoritenstellung. Ein bisschen bitter ist, dass Schlotterbeck aufgrund einer Gelbsperre nicht dabei sein wird. Allerdings ist man da mit Hummels und Süle, wie ich finde, eigentlich auch ganz gut besetzt. Hummels ist ja einer, der viel Erfahrung mitbringt und in einem solchen Spiel in der Regel auch in der Lage ist, abzuliefern. Und wie auch in der Prognose, werde ich hier nochmal zwei Statistiken nennen, die richtig Mut machen. Zum einen, dass der BVB seit acht Heimspielen in der Champions League ungeschlagen ist. Vier Siege, vier unentschieden. Dazu sah PSW bei den letzten 16 Europapokal-Auswärtsspielen gegen deutsche Mannschaften nicht gut aus. Da gelang der letzte Sieg 1977 gegen Eintracht Braunschweig. Sodass hier der Trend in Richtung BVB ausschlägt. Solche Statistiken sollte man natürlich nicht zu hoch hängen, denn nicht immer ist der Trend auch your friend. Das kann auch mal in die andere Richtung kippen. Ausnahmen bestätigen ja auch die Regel. Und ich glaube, das hier ist eine Paarung, die in beide Richtungen kippen und auch hitzig werden kann. Ich für meinen Teil rechne hier mit einem knappen Ergebnis. Vielleicht ja auch mit einem ähnlichen Ergebnis wie in der Simulation, wo sich der BVB knapp mit 2 zu 1 durchsetzt. Halte ich jedenfalls für realistisch. Und ich sag mal so, ein weiterkommendes BVB ist hier in meinen Augen, auch wenn PSW sehr gefährlich sein kann, schon mehr oder weniger Pflicht. Und an der Stelle gebe ich jetzt natürlich auch wie immer an euch weiter. Was denkt ihr? Wie wird diese Party ausgehen? Schreibt mir da gerne mal eure Tipps in die Kommentare. In der Endcard habe ich euch ansonsten noch meine neuesten Videos verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Und in dem Sinne, Freunde, ihr wisst Bescheid. Macht's wie immer besser. Und bleibt am Ball.